Wir haben drei Jahre lang das Projekt Training und metabolisches Syndrom im betrieblichen Gesundheitsmanagement bearbeitet. Wir, das sind die Partner Audi BKK, VW, Pentadoc und die medizinische Hochschule Hannover. In diesem Projekt haben wir 313 Menschen, die am metabolischen Syndrom leiden, über sechs Monate in einem randomisierten Studiendesign betreut. Wir konnten erreichen, dass das metabolische Syndrom insgesamt um 40 Prozentpunkte in etwa verbessert werden konnte. Darüber hinaus wurden Faktoren wie depressive Stimmungslagen massiv verbessert, der Arbeitsfähigkeitsindex konnte sich massiv verbessern. Und insbesondere konnten wir mit dieser Intervention, die sich besonders an den einzelnen Menschen angelegt hat, Personen, die zum Beispiel in der Schicht arbeiten, Personen, die körperlich hart arbeiten und auch Frauen besonders gut erreichen. Also nicht nur die Menschen, die sonst auch in der Prävention immer viel teilnehmen, sondern eine hohe Adherenz auch bei den Menschen geschaffen, die sonst Präventionsprogramme nicht so zugänglich sind. Ein besonderer Aspekt dabei ist, dass Krankenkassen oder die Krankenkasse Audi BKK zusammen mit dem Betrieb und zusammen mit der Hochschule letztlich Hand in Hand so gearbeitet haben, dass es nicht nur ein Projekt ist, was jetzt nur bezogen auf die Studienzeit wirken soll, sondern wir gehen davon aus, dass durch die Fortführung der Kooperation wir eine lange Nachhaltigkeit erreichen werden bei den Probanden. Und wir hoffen auch darüber hinaus.